Hallo, in diesem Video geht es um die Bassstimme von Belle-Ki-Tien-Mavi. Starten wir gleich in langsamem Tempo von vorne. 1, 2 Machen wir den Abschnitt bitte noch einmal und bleiben auf jedem Ton stehen und singen erst auf Zeichen weiter. Das machen wir bitte so genau noch einmal. Und noch ein weiteres Mal. Jetzt singen wir den ersten Abschnitt bitte noch einmal in langsamem Tempo. 1, 2 Machen wir weiter im zweiten Abschnitt in langsamem Tempo bitte. 1, 2 1, 2 Auch in diesem Abschnitt bleiben wir bitte einmal auf jeder Note stehen und singen erst auf Zeichen weiter. 1, 2 1, 2 1, 2 1, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 4 3, 4 Jetzt singen wir den Abschnitt noch einmal in langsamem Tempo. Jetzt zeigen wir den Abschnitt noch einmal. Jetzt singen wir das ganze Stück einmal in langsamem Tempo, ohne Unterbrechung. Jetzt singen wir den Abschnitt noch einmal in langsamem Tempo. Das machen wir bitte gleich noch einmal. Jetzt singen wir den Abschnitt. Zum Abschluss des Videos singen wir bitte das ganze Stück einmal in etwas schnellerem Tempo. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei. Dann singen wir den Abschnitt noch einmal in langsamem Tempo. So, das war es auch schon von meiner Seite für heute. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen hat und dass es euch bei der Erarbeitung von diesem schönen Stück geholfen hat. Wenn das so gewesen sein sollte, dann vergesst nicht dem Video einen Daumen nach oben zu geben und lasst unbedingt auch ein Abo für diesen Kanal da, falls ihr das nicht schon längst getan habt. Ansonsten bleibt mir nur noch euch einen wundervollen Tag zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!